Ich bin dabei, ich bin dabei. Ich bin noch nicht sterben. Du hast 30 Sekunden. Du kannst einen Lancer haben. Du kannst einen Lancer haben. Wie kannst du denn den Ringer hochgehen? Du bist so zerrissen. 2 hoch? Jawohl. Das war einfach der Rest. Ja. Das ist ein super Schild, aber wir müssen nicht rein. Ich habe einen Lancer noch mit einem Schuss. Komm an! Komm an! Komm an! Dann zählt es doch länger, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Bleib du mal drin. Ich hole mal einen Lancer-Munition. Ich bin tot. Ich bleibe bei den Bäumen. Ich bleibe gerade. Ach so. Du hast ja einen Einfall gefahren. Nein, das war schon nicht. Da haben wir Sniper rum damit. Das ist... Ach so! Okay, der Ghost ist kaputt. Da ist aber immer noch einer drin. Achtung, er geht drin! Das ist ein großes Problem. Ja, wir haben euch jetzt gut sauggefahren. Das liegt noch der Team. Ja, sie haben schon die Hauptzeit, ne? Ja, der kommt noch den Sniper, oder? Ah, der kommt noch den Sniper, oder? Ah, der kommt noch Bartok angeschiert! Was ist denn das nicht geworden? Ja. Du bist mal hinten gekommen. Ja. Du bist mal hinten gekommen. Ja. Da kommt noch die Aufschlitte! Ja. Da haben wir halt angegriffen. Wann ruft er denn nicht? Wann ruft er denn nicht? Hint ihr nicht, Benji? Da ist ja keiner Benji! Komm ein Benji! Der scheiß Sniper, ach der ist immer mehr am Sack. So was kreislich ist. Das ist keiner mehr im Hügel drin. Und Sniper kann ich jetzt mal bearbeiten. Wenn der Schecker jetzt nicht abschießt. Da ist der Sniper. Ne, das ist ein Leichen. Ja gut, ich muss dem ja nicht etwas weghalten können. Ja, das ist einfach okay, ich habe gesehen. Ja, ich bin in der Hügel drin, der liegt so. Ah, so wird das im Natsche aus. Ich bin im Natsche. Wollt du fahr bitte in die Hügel rein, wo ich hinfalle? Recht von dir ist noch einer. Sniper. Ja, komm mal 12 und 7. Sniper kaputt. Ja. Ich bin in der Zuppelschild. Ich bin in der Hügel raus. Ich muss das nicht in einköpfen. Da kommen schon wieder 2. Auf der Shopseite. Okay, 2%, 2%. Torpo, da ist auf der anderen Seite ein Ghost. Ja, auf der ganz anderen Seite. Der ist von der Basis halt. Bei den Frauen, ja. Ein Boot. Wo sind die da? Da sind die hier. Da kommt ein Ghost von der anderen Seite. Ah ne, das ist ein Reggie. Was hat sie jetzt da ein Kiki gegeben? Reggie ist kaputt. Ja, die Böder ist einer. Und die, die? Hinter mir! Lolli, legt sie nicht bloß umeinander. Ohne meine! Nein, das ist direkt das Superschritten. Äh, bei den... Da ist ihn. Da kommt noch einer angelaufen. Ja. Ich hole mir jetzt das Superschritten. Und dann knallt er mich rein. Komm schon, na aufschnappchen. Gut, Landchef. Ja. So, Landchef habe ich gut, oder? Ja. 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 Alter, ich habe Superschritten gekackt. Der war mir einfach so zack. Das ist kaputt. Das ist kaputt, oder? Das ist kaputt. Ja, Alter. Ja, ich bin da. Ich bin da. So. Schuhe. Darf ich hinballern? Komm da hin. Komm da hin. Da ist noch einer. Ich versteck mich einfach in grün. Mit meinen zwei SMGs. Der Sanse war die Rampensau. Der weiß ich immer eh schnell ab. Wir machen mal mit einem bewegsamen Hügel. Machen wir lieber mit nur Rocket Launcher. Was? King of the Hill? Ja. Da freuen sie sich alle. Der Hügel bewegt sich jetzt alle zwei Minuten. Oder eine Minute? Eine. Das kommt einem immer so kurz vor glaube ich. Skull to win round one minute, oder? Machen wir in Hölle 2. Ich hab dich jetzt falsch eingestellt. Ja. Ich dachte ich bin dran. Ja gut. Ich bin dran. 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 Ja Machen. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich hätte eigentlich nach einer Minute grooven sollen. Ich möchte ballisten, wenn wir schrauben. Ich hab doch schon ein Turbo! Wir könnten nach einer anderen Web spielen. Soll wieder keiner auskennen. Jetzt stimmt's aber. Du weißt, dass du Hunger bist. Du weißt, dass du Hunger bist. Du weißt, dass du Hunger bist. Wir fangen wieder mit. Ist das die Halle drin? Ist das die Zucker? Ich geh weg. Ich hau mir mal ein Gericht ein. Ich geh weg. G oct ist diese bei mir. Ach doch. Kaputt. Sanse kaputt. Das geht noch bei den Bäumen ist er. Achtung, Rakete kommt auf Gerüst! Willst du nicht? Ich zeichne ihn her, ich zeichne ihn her. Hast du noch mal? Das hab ich noch. Okay, Achtung, Rakete kommt. So. So. Und Raketen kommen. So. Und wir Raketen haben wir noch. Aber ich hol mal neue. Aber ich glaube, es müsste noch mal abgelassen. Oh, da hinten. Bei dem man gut schaut. Zwei Leute. Mal die Kälte kriegen. Middle move. Drück. Gert der noch? Ja. Nein, nicht mehr. Zwei Leute kommen und gehen den Ausschaufrecht zu. Hat gar nichts, Leute. Snatterträger wird frisch. Zwei tot. Gut. Das ist mein letzter jetzt komplett leer. Au, au. Ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Rechts neben der Basis, wenn ihr in die Mitte schaut, sind drei Leute. Einer mit Superschön. Schauen wir, dass ich ein größeres machen kann. Auseinander schon. Weil ich auch so anlösche. Oh ja. Ich fange schon runter. 101, ich bin ... Fuck. Ich bin nicht rein gegangen. Ich bin nur ein Teleporter gegangen. Oh Mann. Sorry, ich wollte ihn nicht nur noch rauslangen. 1 Minute ist schon fast zu wenig. 1 Minute ist geil. Ich hab mal den Typen... Ach ja, der geht unter die Porte. Warte mal, was war's? Ja, der ist schon durch. Ah, der snap. Du machst das, oder? Weiß nicht. Schwieriges Terrain. Ich glaub, ich hab noch meinen Lunchab. Da ist keiner. Alter. Du musst ihn ausspicken. Oh, nee! Hat er jetzt echt gekuckt? Ja, weil ich dachte, er will mich unter... Larchab oder so sein. Der ist nicht für den Größte eingestiegen. Das heißt, der Sniper. Aber ich würde euch so gut stellen, dass ihr euch nicht erwischt. Hast du euch die größten Zeit? Ich nehme ihn in die Bench. Ich bin nicht gerüft. In der Mitte ist er. Nicht bald gehen. Gerüft. Auf dem Berg ist er in einer Postposition. Ja. Ich bin ja auch für den Tisch. So, dann sehen Sie wieder. Okay. Ich bin jetzt auch unter Kontrolle. Und den Lunchab ich auch. Haben Sie denn noch was? Tatsachmäßige? Nö. Das ist jetzt nicht gestoppt. Oder werde ich auch da? Ja, das responiert heute. Das ist echt gut, ja. Aber ich mein... Ich bin nicht responiert. Ich mach mal den Ficken von der Postposition. Das ist ein Scheißwaffe. Au! Sniper! Wahrscheinlich auf der Praxis. Was ist denn denn? Ich kann nicht zackfahren. Ja, zackfahren mit der Fensche ist schwierig. Weil der Kloch der Fläche ist. Ich kann bloß aus den Nacken. Ja, das kann auch ganz gut sein. Oh. Das sieht ja da war. Gerade der Pau war. Oh ja. Das geht doch nicht. Nein, ist er nicht. Da ist er. Da drin, in der Hölle. Ja. Da hat er nichts mehr. Ist doch wieder da oben wo er gerade vorhin war. Ja. Achten. Das sagt einer. Das hat er gerade. Das ist die Verbrauch. Da werde ich von euch guten Feuerschutz geben. Da kommt einer von der Mitte hin. Aber er versucht jetzt einer. Oh. Oh. Da steht an einem Band. Da geht's nochmal rein. Oh. Oh. Ich dachte der Warto ein bisschen. Oh. Ah Shit. Simon. Wann bist du denn hingeflogen? Hey, Blut. Wir gehen damit, ey. Hör dir eine perfekte Glock. Noch eine. schon kommt schon man kapot tschüllen, 50 grad rein tschüllen Snipermatch! Ja, ich will nur Sniper und dann noch ein Stuckmatch. Sniper, auch der beschissensten Snipermatch gibt. Ja, dass ich auch mal eine Chance hab. Ja, der nicht. Das ist viel zu weitläufig. Sniper ohne Team ist irgendwie ekelhaft, ne? Sniper. Sniper. Erst schreit er, dass er Snipermatch will und dann ist er nicht dabei! Schmeiß'n ihn in die Fresse! 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 und schmeißen ganz schön weg genau so geht es auf die zweite Naut und auf die fünfte Naut müssen dein Finger abwägen und halt wie weit hinten halten 40% wenn ich darf 30% dort und dann präzise feiern genau, präzise feiern auf 3 Meter Abstand nein, das ist leider so naja, kriegt was, auf die zweite oder auf die fünfte? ja, das hat weniger netter als richtig gefallen aber du hast schon geäuert ja immer auf die Brust werfen zu wenig widelst du dann dann die Nüsse was ist die Rübe geworden? naja, da war ja das ist gut komm jetzt pass interference defense defense 2 2 2 3 2 4 4